Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider von 1996 und ich weiß, es gibt ja auch eine Remastered Version, aber ich möchte wirklich einmal ganz von vorne beginnen und dann werde ich auch alle Tomb Raider Spiele einmal durchspielen. Das ist ja auch mein Ziel gewesen, womit ich diesen Kanal auch gestartet habe, als großer Tomb Raider Fan und jetzt laufe ich hier einfach doof rum. In der letzten Folge haben wir ein paar Wölfe getötet, ein paar Fledermäuse und auch einen Bären. Bevor ich jetzt hier wieder was falsch klicke, versuchen wir jetzt mal hier zu springen. Oh Gott, ich habe ja zum Glück abgespeichert. Wir haben es geschafft! Also dieses Spiel wird auf jeden Fall sehr, sehr speicherlastig werden. Und ich nehme lieber wieder die... Ich nehme mal Pistolen. Oh! Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Noch ein Medi-Pack. Ja, ja. Ich gehe da nicht nach unten, das ist mir jetzt viel zu gefährlich. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben hatte ich jetzt überhaupt noch. Die Hälfte oder so, ne? Der Bär hat mir eben schon einiges abgezogen. Was kommt denn nun? Oh! Oh! Das klingt nicht gut. Oh nein, oh nein! Nein, nicht... Oh Gott, nee. Ich bekomme es noch nicht abgespeichert, dass Leertaste nicht springen ist. Das ist echt peinlich. Aber hey! Man lebt nur einmal. Ah, ich sehe es auch. Mein Leben ist schon zur Hälfte weg. Das ist ja super. Okay, ich sehe da oben einen Schalter. Ich sehe da ein Tor. Und eine Dunkelhöhle. Ich werde einfach nach jeder Aktion abspeichern. So einfach ist das. Tja. So, erstmal weg mit den Pistolen. Nicht Leertaste drücken. Nicht Leertaste drücken. Aktion. Ich drücke Aktion. Noch näher? Okay. Das Tor öffnet sich. Bleibt es geöffnet? Oh, da ist noch ein Medipack. Fast übersehen. Ich nehme sie alle mit. Ah, das Tor ist wieder zugegangen. Okay. Da würde ich gerne mal hin. Da muss ich von hier hoch springen. Okay. Okay. Hier so. Oh. Oh. Springen. Muss geübt sein. Oder von hier? Vielleicht geht es auch von hier. So garantiert nicht. So auch nicht. Und vielleicht so? Ah. Es kann sich nur um Jahre handeln, bis ich das Spiel durchhabe. Geschafft. Geschafft. Oh mein Gott. Ich will gar nicht wissen, am Ende, wie viel ich gespeichert habe. Was ist denn das hier? Ich sehe nichts. Oh oh. Oh oh. Oh. Da kommen garantiert Pfeile raus. Das nehmen wir mit. Und speichern wieder ab. Bei solchen Spielen, da bin ich einfach vorsichtig. Dann vergisst man zu speichern. Und dann stirbt man in einer ganz wichtigen Situation. Und muss drei Stunden später wieder anfangen. Ich habe hier echt Respekt vor. Hier kommt doch garantiert irgendwas rausgeschossen. Nicht? Kann ich hier nichts machen? Okay. Nur angucken wahrscheinlich. Naja. Dann geht es für uns da hinten hin zum Tor. Und öffne das Ganze nochmal. So. Nein. Nein. Wie komme ich jetzt am schnellsten da rüber? Huhuhu. Oh nein. So nicht. Ob ich das noch schaffe? Geht doch wieder zu. Schnell rein. Schnell rein. Ach. Geschafft. Voll der Noob. Okay. Ich bin einfach nur vorsichtig. Wir kommen nie wieder zurück. Aber wir konnten ein paar Medi-Packs einsammeln. Äh. Hi. Was? Sieht man gar nicht. Da. Oh. Ähm. Ja, meine Reaktions-Skills. Ich frage mich, ob man da hoch kann. Also man kann hier scheinbar irgendwie runterfallen. Ups, aber kann man auch da hoch? Nee. Na gut, dann lassen wir uns mal fallen. Es sei denn, hier liegt noch was? Nö. Okay, tschüss. Äh, wo muss ich hin? Wahrscheinlich da durch. Was ist hier hinten? Oh Gott. Hier sind Pfeile. Da unten. Ach, das ist die andere Seite des Tores, so wie wir nicht durchkamen. Na gut, gehen wir mal hier durch. Das sieht hier sehr gefährlich aus. Und bevor ich hier wieder runterfalle, speichern wir hier ab. Ich hoffe, es gibt irgendwie kein Maximalspeichern von 99 oder so. Das werde ich nämlich garantiert überschreiten. Pistolen weg und ich hab, ich hab doch gedrückt. Ich hab doch gedrückt. Oh Mann, ey. Oh nein. Okay, los. Okay, also hier kann ich hoch. Und das Tor kann man öffnen oder man glitscht sich da durch. Nee, das geht nicht. Moment, ich hab hier abgespeichert. Eben genau deswegen. Ja, ich wollte nur mal gucken, ob man was am Tor machen kann. Load Game Nummer 11. So, da sind wir wieder. Weg damit. Ja, uhu. Geschafft. Dieses Medipack da vorne ist ja viel zu offensichtlich. Lieber speichere ich nochmal ab. Sag ich doch. Oh. Ah, Mann. Ich will nicht die Pistolen immer wegtun. Okay. Ähm, das klappt irgendwie nicht. Ein bisschen zurück. So. Das setten wir. Und speichern nochmal ab. Okay. Alles klar. Wir sind bereit. Möge da kommen, was da... Ah, okay. Okay, dann müssen wir gleich schnell sein und dann zum Tor rennen. Ich verstehe. Zwei Tore. Zwei Tore. Oh nein. Ich wollte es nicht schließen. Okay. Passiert nichts. Dann würde ich sagen... So komme ich nicht dahin. Wenn ich hier einfach runterspringe. Klappt das? Das klappt. Bringt mir aber nichts. Ah. Ah, ich habe es geschafft. Das ist einfach das Ende des Levels. Oh mein Gott. Ach so. Cool. Ähm. Ja, cool. Haben wir gemacht. Und jetzt? Leertaste Alt Action. Weiter geht's. Cool. Erster Levelabschnitt wäre somit geschafft. Weiter geht's. Okay, okay, okay. Na? Wie viel... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Wie viel Munition habe ich eigentlich? Ich meine, Lara ohne Munition geht ja gar nicht, oder? Wenn mir hier die Munition ausgeht, wäre ja ganz schön doof. Oh, das ist ein bisschen größer hier, das Gebiet. Ich kann hier links runter. Okay. Ich kann hier rechts runter und ich kann dort runter. Meine Lieben, das klingt nach einem Speicher. Das klingt nach Speichern. Oh, Wasser. Okay, erstmal gucken, was hier alles so ist. Können wir schon tauchen? Kann Lara tauchen? Ja, ne? Hier waren wohl mal irgendwelche Ställe? Nee. 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 Warum? Und wie zaurig. Und wie... Wie... Mit Aktion? Moment. Ey, das ist nicht cool. Ey, wie taure ich denn jetzt? So taure ich. Okay. Mein Gott, erschreckt der mich, ey. Mann. Oh Gott, dieses Spiel. Wo kommen wir denn hier hin? Ah, hier ist gar kein... Hier können wir gar nicht hoch. Boah, ich hasse Wasserlevel, ne? Vor allem, wenn man die so eine blöde Störung hat. Kann man hier irgendwo hoch? Hier kann man hoch. Nee. Kann man auch nicht hoch? Was ist das denn? Okay. Oh mein Gott. Ich werde sterben. Wo hab ich gespeichert? Und das ist der Moment, wo man sich einfach fragt, wo hat man gespeichert? Ich komm nicht zum Hebel hin. Lara, sei doch nicht so schnell. Ja. Das ist echt traurig. Ähm. Wo kam der Bär bitte her? Wo ist er? Wo kam der her? Wo ist er? Ich hör' noch ne Fledermaus? Aber weit und breit noch kein Bär. Vielleicht von hier irgendwo? Ich glaube, der spawnt dann einfach, oder? Ach so, der ist ja drin. Der ist ja drin. Oh, jetzt hänge ich fest. Geh weg, Bär. Boah. Das Spiel ist schwer. Das ist schwer. Ich bin tot, ich weiß. Ach so. Wie gesagt, ich werde oft sterben. Ich werde das mit dem Bär hier erledigen. Ja, es macht aber nix, wenn ich hier in der Mauer festhänge. Wie soll ich denn dann besiegen, bitte? Hm. Einfach draufhalten, ne? Hallo? Was? Wo kommt der denn jetzt bitte her? Ich will hier hoch. Ich will hier... Ich will hier hoch. Wie? Ich bin tot. Ich bin noch... Ich bin noch gerade erst... Ich hab mich doch... Oh, Mann, nee. Ey, wenn ich dieses Level mal durch habe, ne? Wir rennen einfach an ihm vorbei. Genau. Er kommt von hinter uns her. Nee, also irgendwie... Mit der Steuerung und dem Bären und der Pixel hier und die Wand... ...komme ich hier nicht weiter. Ich bin ihm einfach ausgeliefert. Ich mach hier mal einen Cut. Das ist doch traurig. Ich mach hier mal einen Cut und dann sehen wir uns... Guckt mal, wie der lächelt. Der lächelt richtig. Nee. Nee. Ich mach hier mal einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Tomb Raider. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020